Oh, heute habe ich sogar ein schönes T-Shirt getan, he? Ziehtlich so, he? Sehen wir richtig Geld an raus. Also, liebe Sundance Family. Ja, ich muss natürlich schriftdeutsch reden. Liebe Sundance Family. Ich möchte euch auch noch eine kleine Videobotschaft machen, wie ihr seht, bis meine Webcamile kurze Katastrophe. Aber ich habe jetzt kein Geld, eine andere zu kaufen. Ich glaube, man könnte sie auch irgendwie einstellen, dass die da nicht den ganzen drauf spielen wollen. Aber ich habe jetzt dazu keine Zeit. Also, liebe Sundance Family, irgendwo, ich möchte euch einfach was noch mitgeben. Ihr seid irgendwo in meinem Herzen drin und ihr seid eine tolle Familie und was ihr geleistet habt, ist irgendwo auch toll. Und ich bin ja auch, also ich bezeichne mich jetzt nicht als Aussteiger, ich bin Missionar und ich bin jetzt seit einem Jahr hier in Nicaragua in Granada und es ist da ziemlich alles in die Hosen gegangen, was ich da angefangen habe. Aber ich habe, als ich euch gesehen habe auf YouTube, es hat mir das Herz echt bewegt. Ich habe geheult über euch, ich habe euch von Gott bewegt, weil ich gespürt habe, ihr seid von Gott geliebt. Und ich habe euch ins Gebet genommen und ich habe dann auch gesehen, wie ihr im Buddhismus verwurzelt seid und all diese Dinge, es hat mir weh gemacht, es hat mir sehr geschmerzt. Und ich habe den Traum von euch, ich weiß nicht, ob ich glaube, ich habe euch den Traum erzählt. Und in dem Traum wart ihr auf irgendeinem großen Berg im Himalaya und da waren ganz viele Menschen und ich habe den Leuten erzählt, ja, ihr müsst einfach nur glauben, dass ihr pflegen könnt und dann könnt ihr pflegen und die Leute haben das geglaubt und sind alle diesen Berg runter gesprungen und sind in den Tod gestürzt. Und ich war schockiert, als ich das gesehen habe und wir waren irgendwo auch nicht happy. Und ich weiß nicht, wie deine Frau heißt, die Kati, du warst dann sauer auf mich und hast gesagt, aber wir geben doch unser Bestes ab, wir geben doch unser Bestes. Und das ist, ich sehe doch das auch, dass ihr euer Bestes gebt. Ich sehe es, ich spüre es doch. Aber der Mist ist eben, die Leute springen alle in den Tod. Hier verführt die Menschen zum Buddhismus. Und der Buddhismus ist eine Lüge, meine Lieben. Und irgendwo könnt ihr nichts dafür. Ihr habt wirklich euer Bestes gegeben, das weiß ich doch auch und das weiß Jesus auch. Und da muss ich doch heulen. Aber bitte kommt zurück zu Jesus. Und wenn ihr damit nichts anfangen könnt, lest doch bitte einfach das Johannes Evangelium. Es ist nicht eure Schuld, es ist nicht euer Fehler. Irgendwo könnt ihr nichts dafür. Aber was bringt es Leuten, wenn ihr den Leuten eine Lüge auftischt und in 80 Jahren sind wir alle nicht mehr da. Wir sind alle nicht mehr da. Es ist niemand mehr da von uns in 80 Jahren. Und was bringt es, wenn ihr den Leuten ein tolles Business beibringt, wie man ein tolles Business macht. Was nützt das den Leuten in 80 Jahren? Wir sind nackt in diese Welt gekommen und nackt müssen wir gehen. Was nützt das, wenn ihr den Leuten beibringt, wie man Welt scherkelt. Und in 80 Jahren sind alle im Stockwerk tiefer. Was nützt das? In 80 Jahren fragt niemand mehr nach deinem Business. Fragt niemand mehr, wie viel Geld du geschäftet hast. Das interessiert niemanden mehr in 80 Jahren. In 80 Jahren fragt man vielleicht noch, ob du mit dem kleinen Kind da an der anderen Ecke der Straße, ob du dein Brot geteilt hast mit diesem Kind. Das ist das, was in 80 Jahren vielleicht noch jemanden interessiert. Ob du mit dem kleinen Jungen am Ende der Straße dein Brot geteilt hast. Aber doch nicht, ob du ein super Business geführt hast. Das interessiert kein Schwein mehr in 80 Jahren. Und das Problem ist, weisst du, ich habe eins im Leben gelernt. Mein Leben war nicht einfach. Ich hatte 14 Jahre Psychose. Ich bin ein grosser Sünder. Ich bin nicht der Superheilige. Ich bin auch ein Heiliger. Aber ich bin auch ein Sünder. Ich bin manchmal ein Jeremia, der leider, leider, leider den Europäern manchmal die Lehre lesen muss. Und manchmal bin ich ein lieber sich. Aber ich bin nicht so der Superheilige, der ich gerne sein würde. Und auch mit Jesus. Ich bin mit Jesus unterwegs. Jetzt, wenn das Leben schön ist, dann kann ich Jesus ganz schöne Lieder singen. Aber wenn das Leben heftig ist, dann bin ich mit Jesus manchmal auch heftig. Und ja, wir hatten eine Liebesbeziehung, Jesus und ich. Aber so wie in jeder, wie in einer Ehe auch. Es ist manchmal Schönwetter und manchmal bin ich mit Jesus. Dann ist es auch nicht so toll. Also, Jesus ist immer toll mit mir. Aber das Leben ist es nicht, oder? Und deshalb bin ich dann manchmal mit Jesus auch nicht so lieb. Aber ich habe ihm lieb, Jesus. Er ist der tollste, mein tollster Freund. Er ist immer nett zu mir. Er ist immer einfach Jesus. Er ist einfach Jesus, muss ich gar nicht sagen. Und ich bin nicht verheiratet. Und auch, weil Jesus halt so toll ist. Weil die Frauen, die können ganz lieb sein. Aber dann können sie auch wieder ganz heftig sein. Und Jesus ist nie heftig. Er ist immer. Er tröstet dich. Er ist immer. Er ist einfach Himmel auf Erden. Ja. Und ich kann nichts dafür, habe ich den Traum gehabt. Vielleicht schockiert euch das. Aber ich möchte noch was sagen. Ich habe eins gelernt im Leben. Wenn die Leute alle applaudieren und dich alle in den Himmel hochjubeln, das ist der Moment, wo du davonrennen musst. Und das höchste Eisenbahn ist, dich selber zu hinterfragen. Also, wenn es etwas gibt, das ich im Leben verloren habe, am Wegrand, dann ist es Menschenfurcht. Und ich gebe nicht viel auf den Applaus der Menschen. Ich habe früher in einer Punkband gespielt. Ich habe viel Applaus bekommen von Menschen. Aber als ich dann mal die Wahrheit kennengelernt habe, habe ich gemerkt, ja, du hast eigentlich nur wieder das Bier und was weiß ich, die Lieder, die wir gesungen haben, das waren nur Seuferlieder und zwei, vier, drei, fünf Leute aus dieser Zeit. Meine Freunde sind heute Alkoholiker. Und ich habe mir meinen Beitrag dazu geleistet, dass sie heute Alkoholiker sind, durch das, dass ich solche Lieder in der Band gesungen habe vor zwei, dreihundert Leuten. Und ja, Gott hat mir vergeben, aber es ist manchmal Smerztes. Und damals, in dieser Zeit, habe ich den Applaus der Leute gesucht. Aber heute weiß ich, das ist eine gefährliche Strasse, wenn du den Applaus der Leute liebst. Das ist eine gefährliche Strasse. Und heute, ich liebe lieber den Applaus der Wahrheit und der Gerechtigkeit. Diesen Applaus liebe ich. Aber den Applaus, den hörst du nicht von Händen, die Klatschen. Das ist ganz eine leise Stimme, die dir diesen Applaus gibt. Und die sagt immer, gib nicht auf, ich habe dich lieb. Und es ist schon okay, wie du es gemacht hast. Und ich liebe dich. Und ich habe lieber diesen ganz, ganz leisen, stillen Applaus. Also 100 Leute im Internet, die mich hochjubeln. Ich habe lieber diese leise Stimme, die sagt, es ist nicht okay, du hast gesagt, ich liebe dich. Und komm, steh wieder auf und gib nicht auf. Ich habe auch nicht aufgegeben, doch mal sollte ich an diesem Kreuz ziehen. Ich habe lieber diesen Applaus. Und wenn ich Scheiße gebaut habe, dann weiß ich wohin ich gehen muss. Dann gehe ich auf dieses Jerusalem vor 2000 Jahren. Und da war ein Mann und der hat ein schweres Kreuz getragen. Und sie haben ihn ausgepeitscht. Und er hat nicht den Applaus der Wahrheit gekriegt, sondern sie haben ihm eine Dornenkrone auf den Kopf gesetzt. Und da war so ein Simon, ich heiße ja Simon, da war so ein Simon. Und der musste diesem Jesus das Kreuz tragen. Aber das waren vielleicht 500 Meter. Und dann ist dieser Simon wieder davon gerannt. Und Jesus musste das Kreuz wieder selber tragen. Und dann kamen diese drei Nägel. Diese drei Nägel. Und mit diesen drei Nägeln wurde dieser Jesus an dieses Holz genagelt. An diesen alten Schweinehund, der Simon heißt. Nein, ich bin nicht nur der alte Schweinehund. Aber ich habe diesen alten Schweinehund. Und daran, weil Jesus sich verpflichtet hat, meinen freien Willen zu respektieren und diesem Simon zu helfen, wurde er mit diesen drei Nägeln an diesen alten Schweinehund genagelt. An diesen sturen, sturen Bock. An diesen sturen Simon, der sagt. Nein, ich will mein eigenes Ding durchziehen. Ich will meinen eigenen Weg gehen. Ich will mein eigener Gott sein. Ich will selber bestimmen. Ich will meine Begierden leben. Ich will nicht das tun, was richtig ist. Ich will nicht gehorchen. Dieses Alp, diese zwei dummen, sturen Balken. Und dann wurde halt Jesus mit diesen drei Nägeln, musste er sich an diesen Balken nageln, weil er gesagt hat, und wenn es mich die Seele kostet, und wenn es mich das Leben kostet, ich will diesen sturen Bock im Himmel haben. Ja, und dann hing er halt an diesem Kreuz und die ganze Meute hatte schön. Schau mal, wenn er der Messias ist, dann helft er sich jetzt selber. Dieser Schweizer, dieser Verführer, der helft er sich jetzt selber. Er kann sich auch nicht mal helfen, wenn er der Messias ist. Dann steigt er jetzt runter vom Kreuz und Jesus, und ich blick dann auch vor der ganzen Stadt. Und man hat ihn nicht erlaubt auf der Erde zu sterben. Er durfte im Himmel nicht sterben. Er musste da irgendwo zwischen Himmel und Erde bei diesem Kreuz, war ihm bestimmt zu sterben. Er hat gesagt, Vater, verblieb Ihnen, denn Sie wissen nicht, was Sie tun. Und am Schluss, am Schluss, kommt der Vater und sagt, ja, mein lieber Sohn, und jetzt muss ich den ganzen Missgrüder, diese ganzen Weltgeschichte, muss ich jetzt da drauflegen. Und dann sagt Jesus, also gut, Vater, nur auf diesen. Dann legt diese Schuld auf mich. Und dann legt der Vater diese Schuld auf Jesus. Und der Himmel wird dunkel und die Sonne wird aufzuscheinen. Und plötzlich ist der Vater nicht mehr da, weil er diese Schuld nicht mehr ansehen kann. Dieser sagt, Vater, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er nicht ganz alleine, sogar der Geist hat ihn noch verlassen, ganz alleine hinter diesem Kreuz. Er sieht gar nichts mehr, er weiss nicht, komme ich jetzt in den Himmel, komme ich jetzt in die Hölle. Er hat den Geist nicht mehr, er weiss es nicht. Und einfach im Vertrauen, im blinden Vertrauen macht er einen Vertrauen schon und sagt, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist und gibt seine Seele hin. Im blinden Vertrauen, er wusste nicht, in diesem Moment wusste er nicht, ob er erlöst ist oder nicht. Das wusste Jesus nicht mehr, er hat dann einfach blind vertraut. Er hat seine Seele hinbekommen. Ja, ist jetzt eine lange Botschaft, ich weiss nicht. Aber bitte fangt an, euch mit Jesus zu beschäftigen, das ist ja keine Sünde, wenn man Buddhist ist. Und auch, ich weiss auch, es gibt von den Christen viel Ablehnung über den Buddhisten und auch viel Geschwätz und viel, man ist als Buddhist nicht so beliebt bei den Christen, das weiss ich auch. Und da ist es auch nicht einfach, sich mit Jesus anfangen zu beschäftigen. Auch als Buddhist vielleicht nicht unbedingt so einfach und nicht jetzt unbedingt ein Ferienlager. Aber vergesst mal die Christen und vergesst mal all die Ablehnung, die ihr von den Christen erhalten habt. Bitte vergesst das einfach mal, weil ich spüre, dass Jesus euch echt liebt. Und lest einfach mal das Neue Testament des Johannes-Evangeliums, weil im Johannes-Evangelium redet Jesus ganz vor. Und das ist ja eigentlich das Einzige, was wirklich interessiert, was Jesus gesagt hat. Und lest einfach mal, was Jesus redet und macht euch selber ein Bild. Ihr müsst nicht auch die Christen hören, ihr müsst nicht auch die Buddhisten hören, die, was die für ein Urteil über Jesus abgeben. Lest selber, was Jesus gesagt hat. Findet selber heraus, ob er Gottes Sohn ist oder nicht. Und um das herauszufinden, muss man lesen, was Jesus gesagt hat. Ich musste auch den Koran lesen, weil ich viel mit Moslems zu tun habe. Ja, wenn ich mit den Moslems helfen will und nicht mal den Koran gelesen habe. Was kann ich diesen Menschen helfen? Ich kann doch denen gar nichts helfen. Und auch wenn ich den Buddhisten helfen will, wenn ich ehrlich bin, dann muss ich eigentlich die Schriften des Buddha lesen. Und habe ich bis jetzt auch noch nie gemacht. Das ist vielleicht ein Fehler. Muss ich vielleicht meine Hausaufgaben machen und diese Schriften noch lesen. Aber könnte man eigentlich machen. Ich kenne den Buddhismus zu wenig. Vielleicht könnt ihr mir sagen, was ich lesen muss. Wenn ich ehrlich wäre und eigentlich kein Heuchler sein will, dann muss ich diese Schriften lesen. Und wir können ja einen Deal machen. Ihr sagt mir, was ich zum Buddhismus lesen muss. Und ihr lest für mich das Johannes-Evangelium. Und ich liebe euch. Ich liebe euch einfach so, wie leid. Und Jesus liebt euch auch. Und er ist traurig. Und er ist um weinen. Und ich muss auch weinen über euch. Weil ich euch liebe. Und weil ich sehe, dass ihr auf einem falschen Weg seid. Dass ihr auf einem Weg der Lüge seid. Nicht auf dem Weg der Wahrheit. Irgendwo ein Stück seid ihr auf dem Weg der Wahrheit. Ihr habt vieles erkannt. Aber irgendwo habt ihr euch danach wieder verkauft. Und es ist ja auch nicht schlimm. Man kann jederzeit umkehren. Aber es ist nicht einfach. Weil ihr habt euer ganzes Leben in das investiert. Und dann ist umkehren nicht mehr so einfach. Und wenn man das ganze Leben darin in den Buddhismus investiert hat. Dann ist das nicht so einfach sich einzubestehen, dass es nicht die Wahrheit ist. Aber ich hoffe, dass ihr nicht erkennen müsst, dass der Buddhismus eine Lüge ist. Sondern dass ihr erkennen dürft, welche wunderschöne Wahrheit Jesus Christus ist. Das hoffe ich. Und das mit dem Buddhismus, das müsst ihr nicht... Es ist wichtiger zu erkennen, wie wunderschön Jesus ist. Okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.